Hallo, liebe Teamstiftfreunde, zu der neuen Ausgabe von Football Manager 23. Nächster Spieltag, ja wir spielen kontrolliert, dann machen wir auch das hier, Zentrum fokussieren, äh, 4 auf 5, äh, Thuram ist auf jeden Fall nicht einsatzfähig, da muss der Tell heute mal ran. Drei Wochen fällt er aus, ich hoffe, dass der bis zur Champions League wieder fit ist. Übrigens, Champions League Auslosung, Viertelfinale gegen FC Liverpool, ja, passt, oder? Ja, würde ich auch sagen. So, wir wechseln mal ein bisschen durch, damit wir hier, ja, damit die Leute mal ein bisschen sich ausruhen können, weil die Belastung ist hoch und es muss ja nicht sein, dass die wir hier ständig auspowern, so, Müller, Dabri, Tell, vorne mal ein bisschen offensiv, der hat gesagt, von 4 auf 5 erhöhen, ne? Ja, theoretisch wäre das machbar, indem wir jetzt einfach so spielen, mit Müller mehr in die Mitte, und darüber außen würde ich gerne dann, ja, lass mal den Sané spielen, äh, hier, so, Sané, ne? Der ist aber dann ein Inversiver, genau, du bist ein pressender Stürmer, genau, so, das passt. Musiala ist, nein, Musiala, der spielt die Rolle, ähm, angreifend, genau, vorgeschoben, und du spielst, äh, Warte mal, nächstes Mal mal anders, er macht das hier, Genau, du musst was unterstützen, genau, so, der Kimmich macht, das hier, ja, und der Licht ist, glaube ich, auch gesperrt, ne? Ja, dann nehmen wir den, ähm, der ist noch verletzt, was anders, dann werden wir in der Abwehr, den, äh, Parvalen schieben, in die Mitte, und über außen den, Welfel-Singo, ja. Hm, unterstützen, 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 ja. Okay, gut. Okay, gut, ich würde sagen, jetzt schauen wir mal noch, haben wir sonst noch was? Was ist das? Sonst wäre es, nee, ist es... Hier. Äh, hier spüren wir bitte, aus, Verteidigung, aus, trippeln, passen, äh, passen in die Tiefe, hohe, Flanken würde ich sagen, Umschaltspiel, Konter, schnell, fortsetzen, auf Zielspieler spielen, genau, und hier, äh, mehr aufrücken, Flanken verhindern, gut, weiter geht's. Oh ja, das ist klar, das geht natürlich nicht, äh, Theram ist verletzt, das ist auch klar, ja, und Henry Schöhn kommt da rein, so, Henry Schöhn, wie ist denn das da? Noch nie gehört, naja, so passt das, oder? Ja, würde ich auch sagen, und, go, naja, gemische Gefühle, die habe ich auch immer, ja, gemische Gefühle, die habe ich auch immer, das hier, wir sind favoriert, also raus mit euch, ja, und dann haben wir auswärts so viele Probleme, und dann haben wir auswärts so viele Probleme, die noch mittere, den Spielplan, äh, ja, los geht's, ich bin ja gespannt, da wäre jetzt wichtig, der Sieg, hm, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, meine Herren, geht's ja gut los, gut geht's los wieder. Da ist wieder weit. Da muss ich den Beisch abnehmen. Ja, geht doch. Nein, gut. Gehen. 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 Oh, der Osterhiste war's, der Gott ist weg. Aaaaaaah! Dominio! Aaaaaaah! Nicht im Abseits! Hau rein in das Ding! Aaaaaaah! Ich habe eine Anwendung von 18 Tonnen gemacht, glaube ich. Meine Herren! Ja, umsetzen. Ich habe eine Anwendung von 18 Tonnen. Leider, da sind sie nicht. Jetzt kommt auch das Zell, was ist das Ding? Muss man rein? Ich denke... Wie fängst's. Halbzeitpause. Wir können auch gewinnen, genau hier. So. Weiter geht's. Ahoi! Das ist ja so verfallen. Boah! Gar nicht mehr schlecht. So, Angriffsfreiheit. Wir machen mal das hier. Ja. So. 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 Das kann doch nicht wahr sein, dass er nicht ein Rift Das kann doch nicht wahr sein Abseits Schiri, nochmal Abseits Aber ist sowas von klar Das ist doch Wahnsinn, Schiri Niemals Abseits Niemals Nochmal einen Winnie bitte Come on, come on, come on Nee, nee, nee Und jetzt wird er langsam nach auf der Tür Oh, mein Herr Sonne Den muss er doch machen Komm an rein Und Benefe Müller Mein Gott Die Chancen Mit dem Eckball Mit dem Eckball Mit dem Eckball Mit dem Eckball KiKA Bei Sperre mit dem Eckball Ine Insmail Woohh Denk hier neun Ja, geht doch! Nimm den Ball mit! Schnell nach vorne! Ne, 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 alles gut. Alles gut! Ne, ne, da war ich ab. Du meinst, war alles gut? Also Freunde, komm, eine Chance noch! Ein Unentschieden wäre jetzt geil! Gut für die Moral! Ne, 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 ne. Nimm mich. Hüpfer! Rädel! Da! Da ist das Ding! Da ist das! Da ist das! Da ist das! Was heißt? Nein! Der Flug ist gebrochen! Komm! Das muss zählen! Das Ding kommt, Schiri! Oh, Marlinien! Niemals! Boah! Der Scheiße! Boah! Wir müssen um alles gebrochen hier! Um alles! Mein Gott! Kein Tor noch! Ach! Mein Gott, komm hoch! Weg! Und jetzt hinterher! Komm! Auf geht's! Rann an den Ball! Ein Wurf! Verdammt! Die haben natürlich Zeit, ist klar! Hallo! Jetzt spielt dein Ball mal! Die Zeit läuft! Was ist anders drauf? Eine Minute hier beim Einwurmverbrauch oder was? Jawohl! Jetzt mal! Komm! 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 Stell! 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 Ach! Vorne! Das war nicht! Muss ja da jetzt kommen! Komm! Guck mal an! Guck mal an! Mach den Doppelpack fertig! Guck mal an! Ach! Ach! Fall 2! Ja! Alter! Hier! Juhu! Geiles Ding! Unstoppable! Du bist ein Fehler! Du bist ein Fehler! Dann Kommand! Sprügel vorbei! Mit ein Höchstes Langeck! Klasse! 2-2! So! Ball weg! So, jetzt reicht noch die Konter. Manee, komm, jetzt geht alles. Manee, Tell. Tell, komm alleine gegen vier. Geht schon. Trick auf Singo. Was macht der Singo? Die Flanke, schön rein und da kommt ein Kopfball. Nochmal, komm, der geht rein, Fernandes. Nochmal, Kopfball. Trau. Oh, drauf. Geht hin. Dari. Nein, nein, nie, 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 nein, nie, nein. Oh, wir tun es wieder. Freude der Nacht. Sie sind hier für ein Spiel am Start. Komm mal, dieser Gegenzug. Komm, die Fakten nochmal rein. Oh, mein Gott. Warte mal. Ich gehe mal ein bisschen zurück. Mach mal hier ein Kontrolliert, bitte, weil das ist ja ein Wahnsinn. Lieber den Punkt mit dem. Mein Gott. Oh, Mann. Ja, schade. Faul spielen wir nicht. Pfeift das Ding ab. Was für ein Spiel. Super Comeback. Das ist dann nie mit der riesigen Chance, das Spiel zu treiben. Ich bin jetzt mal fertig hier. Meine Presse. Genau. Das nehmen wir. Alle glücklich. Gut. Das macht die Presse. Neutrale. mehr, wie das so weitergeht. Was für eine Saison. Gut, also, ich sage danke und bis zum nächsten Mal. Tschö.